Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Skin Gameplays und da ist es, das Bärchen. Ich habe es endlich gefunden, das Bärchen. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Items Shop sofort U gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Ihr zahlt keinen einzigen V-Bag drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So, der Mecha Anführer. Gucken wir uns mal so ein bisschen genauer an, wie der hier aussieht im Gameplay. Ich bin gespannt. Ich werde es mir jetzt auch das erste Mal reinziehen. So, lassen wir das Ding mal laufen hier. Wenn wir Desktop Audio mit reinnehmen, dass man da auch mal was hören kann. So. 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 Ist das dein Ernst? So sieht das dann aus, aus seiner Sicht. Da ist er, der Bär. Uiuiuiui. Na, der war mit mir im Team, okay. So. 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 So hat er auch schon einen Hit bekommen. So. 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 Also würde auf jeden Fall ziemlich gut zu dem Skin passen von den Farben her. Ja das wars von diesem Gameplay, wenn es euch gefallen hat lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein wenn es wieder heißt, Fortnite Gameplays mit Medi-Man gleich, schalt rein und es gibt bis dann und tschüss.